Moin! Bei bestem Wetter sind wir heute bei der Firma Brockhop Stahlbau in Bremen und der Geschäftsführer Michael Schnibbel wird uns gleich mal erzählen, wie er mit diesem kleinen Teil seine Zeiten hier im Unternehmen erfasst. Nach einem kurzen Intro geht's weiter. Bleibt dran! Die aktuelle Lage ist, wir sind für ein Dreivierteljahr ausgelastet, eigentlich wie alle Handwerksbetriebe im Moment. Und wir kämpfen halt gegen den Fachkräftemangel und wir versuchen halt an alles Mögliche zu digitalisieren und digital umzustellen, um halt irgendwo Zeit zu sparen, um die Aufträge auch möglichst zeitnah abzuwickeln. Wir haben eine Software zur Projektmanagementplanung und versuchen halt komplett digital umzustellen. Jetzt der letzte Schritt ist halt Rechnungen digital anzunehmen und auch zu versenden im Zugpferdformat. Und dann sind wir eigentlich gut aufgestellt. Wir haben jetzt seit drei Wochen eine Plasmaschneidanlage, einfach aus dem Grunde, weil wir gesagt haben, wir können mit der Plasmaschneidanlage drei Mitarbeiter einsparen in der Fertigung. Die können jetzt in der Zeit dann was anderes tun. Somit haben wir dann den Fachkräftemangel etwas entgegengewirkt. Wir haben die Zeiterfassung seit 2010. Die werden komplett in der Fertigung genutzt. Laufwege hat man natürlich nicht mehr zum Terminal. Den haben wir jetzt eingespart. Und gleichzeitig war das Thema, die Daten, die dann entstehen, für die Lohnbuchhaltung zu verwenden. Und dadurch die Verwaltungszeiten in der Lohnbuchhaltung einzusparen. Die Nachkalkulation ist dann das Nächste, was dadurch entstanden ist, dass die Zeiten gleichzeitig in die Projekte geflossen sind. Und somit hat man dann ein Komplettpaket. Also ich würde für uns das so schätzen, dass das im Monat zwölf bis 15 Stunden Zeitersparnis sind. Also das Einfüllen ging eigentlich relativ reibungslos. Es haben sich eigentlich alle darauf gefreut, dass sie nicht mehr schreiben müssen und nichts mehr so auf Papier bringen müssen. Ja, der eine oder andere Kollege hatte sicherlich mal was dagegen, aber der konnte relativ zeitnah davon überzeugt werden, weil dann auch alles genauer war. Und jeder hatte seine Informationen dann gleich entsprechend. Und man kann sagen, wie viele Überstunden angefallen sind und so weiter. In einem Klick hat man gleich die Übersicht, was bei Rückfragen auch. Also besser geht es eigentlich nicht. Bis zum nächsten Mal.